Hallo zusammen, dieses Video ist ein Ausschnitt aus meinem längeren Video Das kalifornische Haus. Den Link zum Originalvideo findet ihr in der Videobeschreibung. Holz, der Stoff aus dem die Diskussion um das amerikanische Haus gemacht ist. Das durchschnittliche deutsch-österreichisch-schwalzerische Haus ist aus Zement, Ziegelstein, Ytongstein, also kurz aus irgendeiner Art von Stein gemacht, während das durchschnittliche amerikanische Haus aus einer Holzkonstruktion besteht, die von innen mit Gipsplatten verschlossen ist und von außen überwiegend entweder mit Holz oder mit Pressbahnplatten plus Zementbeschichtung versehen wird. Die Außenwände sind mit einem Isolationsmaterial gefüllt. Das Haus ist also nicht aus Pappe, aber die Gipsplatten an den Innenwänden, auf Englisch Drywall oder Sheetrock, sind mit Pappe bespannt, damit der Gips nicht herausbröselt. In Feuchträumen wird in den letzten Jahrzehnten eine speziell behandelte Drywall verbaut bzw. im Bereich der Dusche wird eine Art Zementplatte benutzt. Bei den Außenwänden benutzt man inzwischen überwiegend Stucco, also die englische Bezeichnung dafür, der auf die abgedichteten Holzwände gespritzt und glatt gestrichen wird. Die äußere Schicht der Hauswände besteht danach aus einem mehrere Zentimeter dicken Zementmantel. Bei der Verbreitung von Holz- und Steinhäusern gibt es natürlich auch jeweils Ausnahmen. In Zentraleuropa findet man auch Häuser, die in Holzbauweise gebaut werden oder wurden und in Nordamerika kann man ältere Gebäude finden, also etwa von vor dem Zweiten Weltkrieg, die aus Stein gebaut sind. Man muss hierbei noch bemerken, dass wir von Wohnhäusern reden. Im kommerziellen Bau bzw. bei höheren Häusern wird auch in den USA seit jeher mit Stein und Stahl gebaut. Die Gründe, warum das US-Wohnhaus fast immer aus Holz gebaut ist, laufen wiederum hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, auf die gleiche Antwort hinaus – Kosten. Zunächst mal ist Holz als Baumaterial in Nordamerika sehr billig zu haben und alleine schon daher die erste Wahl. Ein Holzhaus zu bauen erfordert des Weiteren deutlich weniger an Zeit. Eine geübte Crew von Handwerkern kann das Holzgerüst für ein durchschnittliches, ebenerdiges Einfamilienhaus innerhalb von einem Tag auf die Beine stellen. Die Anbringung und das Verputzen der Drywall im Innenbereich kann selbst von ungelernten Arbeitern relativ schnell bewerkstelligt werden, wobei die Geschicklichkeit und Geschwindigkeit von Arbeitern, die das häufiger gemacht haben, absolut beeindruckend ist. Im Vergleich dazu ist der Bau eines Hauses aus Ziegeln und Zement deutlich langsamer, erfordert mehr an Fachkenntnis und verzeiht beim Bau auch keine größeren Fehler. Die Installation von Kabeln, Leitungen und Wasserrohren ist ebenfalls bedeutend leichter in einer Holzkonstruktion und spontane Änderungen während des Baus oder auch nachträgliche Änderungen sind kein Problem. Die Möglichkeit, das Holzhaus nachträglich relativ leicht umzubauen bzw. zu erweitern, ist auch ein Grund dafür, warum diese Bauweise bei amerikanischen Hausbesitzern und Käufern beliebt ist. Die kürzere Lebenszeit des Holzhauses im Vergleich zum Steinhaus wird gerne als Grund für das Steinhaus angegeben, aber das Argument ist relativ. Die Lebensdauer eines amerikanischen Holzhauses beträgt rund 50 bis 100 Jahre, wobei das, wie bei fast allem, stark darauf ankommt, wie gut das Haus gewartet wurde und wo es steht, also wie viel Feuchtigkeit das Haus ausgesetzt war und wie gut es gegen die Feuchtigkeit geschützt wurde. Unser Haus in Kalifornien war zum Zeitpunkt unseres Auszugs 70 Jahre alt, wobei es zweimal in den letzten 30 Jahren umgebaut wurde. Das zweistöckige Holzhaus mit Holzverkleidung in Massachusetts, in dem wir eine Wohnung gemietet hatten, war 2010 bereits 130 Jahre alt und machte genau wie unser kalifornisches Haus nicht gerade den Eindruck, dass es demnächst zusammenbrechen würde. Die Lebensdauer hängt auch nicht nur vom Material selbst ab, sondern von der Bauweise und der Verarbeitungsqualität. Das zeigen die zahlreichen Fachwerkhäuser, die ja auch hier in der Schweiz herumstehen, wobei ich deren Detailqualität nicht mit einem schnell zusammengeschusterten amerikanischen Einfamilienhaus vergleichen will. Warum das Argument für die Lebensdauer relativ ist, zeigt die Einstellung der Amerikaner, dass sie kein Problem damit haben, ein altes Haus wegen seines Grundstücks zu kaufen und dann das Haus abzureißen. Eine Aktion, die etwa 20.000 bis 30.000 Dollar kostet und bei weitem leichter zu bewerkstelligen ist, als wenn dort ein Steinhaus gestanden hätte. 60 oder 70 Jahre alte Häuser sind im Regelfall auch nicht mehr zeitgemäß, was Größe und Design angeht. Daher kann ein Neubau mit kontemporärem Design und nach eigenen Wünschen gestaltet auch durchaus sinnvoll sein. Am Ende kosten zwei amerikanische Holzhäuser wahrscheinlich nicht viel mehr als ein deutsches Steinhaus. Hinzu kommt, dass viele Amerikaner angeben, ein Haus aus Stein und Beton als hässlich und ungemütlich zu empfinden, aber über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Unbestritten ist jedoch, dass insbesondere in kalten Klimazonen ein Holzhaus durchaus Vorteile haben kann, was die Isolierung und die Wohnatmosphäre im Innenraum angeht. Das kann beim Steinhaus natürlich durch moderne Isoliertechniken ausgeglichen werden, aber feucht-kalter Beton ist jetzt erstmal nicht so der Stoff, aus dem gemütliche Wohnträume gemacht sind. In wärmeren Klimazonen hingegen können Steine Beton durchaus einen Vorteil darstellen, weil sie den Innenraum tendenziell etwas kühler halten als andere Materialien. Ich möchte hier nicht Partei für den einen oder anderen Baustoff ergreifen, aber beide Seiten haben spezifische Vor- und Nachteile. Wenn wir des Weiteren nochmal den Blick auf die Bauweise an der Westküste richten und dabei an die möglichen Erdbeben denken, stellt sich auch hier die Frage, ob ein Haus aus Beton die beste Lösung ist. Holz ist eher in der Lage, bei Erschütterungen zu arbeiten und die Reparatur von möglichen Schäden ist unproblematischer, als wenn eine Betonwand reißt und der entstandene Riss zwar geflickt, aber strukturell ohne weiteres nie richtig repariert werden kann. Für die Häuser in Tornado L.A., also zum Beispiel in Tornado-Gebieten in Oklahoma, gilt ähnliches. Ein Holzhaus nimmt wahrscheinlich mehr Schaden oder wird komplett zerstört, wenn ein Tornado mit voller Wucht darüber hinwegfegt, aber ist im Zweifelsfall leichter repariert oder vom Versicherungsgeld auf die Schnelle komplett neu gebaut als ein Steinhaus. Die Häuser in solchen Gegenden haben in der Regel einen Schutzkeller aus Zement, in dem sich die Bewohner mit ihrem Hab und Gut in Sicherheit bringen, wenn ein Tornado über das Haus fegen sollte. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass sich die Leute, die dort seit Generationen leben, schon genau überlegt und durchgerechnet haben, welche Option für sie am sinnvollsten ist. Eigentlich sollte man ja froh sein, wenn weniger mit Zement gebaut wird, da Zement etwa 8% der globalen Treibhausgasemissionen verursacht. Nicht, dass das im Land der Pickup-Trucks in Hamburger der Grund wäre, warum weniger mit Zement gebaut wird, aber positiv erwähnt werden kann es ja mal. Last but not least kann man hier noch den kulturellen Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern erwähnen, der sich in Bezug auf das Thema Haus zeigt. Der Deutsche baut oder kauft sich ein Haus häufig mit der Motivation, dort den Rest seines Lebens zu verbringen. Und idealerweise sollte dieses Haus ihn selbst nicht nur mindestens achtmal überleben, sondern nach dem eigenen Ableben auch noch einen Panzerangriff, eine Sintflut und zwei nukleare Explosionen überstehen können. Der Amerikaner, der bis zu fünfmal in seinem Leben umzieht und den Hauskauf nur als eine Möglichkeit, vorübergehend ein Dach über dem Kopf zu haben, sieht, lebt eher im Moment. Und ob das Haus in 30 Jahren dort noch steht oder ob es nach dem nächsten eigenen Umzug von einem Bulldozer platt gemacht wird, um einem McDonalds mit Drive-Thru Platz zu machen, ist ihm relativ egal. Der Deutsche priorisiert Langlebigkeit und Beständigkeit, der Amerikaner Flexibilität und Komfort. Keines von beiden ist richtig oder falsch, aber erklärt möglicherweise auch ein Stück weit die Unterschiede in der Bauweise.